Hallo! Was ist denn mit der Stimme los? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines Naschvideo für dich? Testvideo? Ich weiß nicht. Und zwar habe ich mir von rewe.de diese drei Spoonings geholt. Die habe ich schon in der Höhle der Löwen gesehen und bin dann immer wie eine Irre durch alle möglichen Supermärkte gerannt und habe die gesucht und nirgendwo gefunden. Und jetzt habe ich sie hier. Ich habe sie mir gekauft. Ich habe ja schon das ein oder andere auch mal in einem Verlosungspaket oder so gehabt oder in einem Tauschpaket. Und jetzt wollte ich die auch tatsächlich mal selber probieren, weil ich da echt Bock drauf habe. Ja, hier habe ich alle drei Geschmacksrichtungen. Das ist einmal Chocolate Chips. Dann habe ich hier Chocolate Birthday. Die drei werde ich gleich komplett zubereiten. Komplett ist gut. Es geht relativ simpel. Man nimmt einfach einen Esslöffel Margarine mit dazu und ein bisschen Wasser. Wenn das hier, ne, hier steht es halt drauf. 35 Gramm Margarine und 20 Milliliter Wasser. Dann kommt das in den Mixer und dann wird es probiert. Das mit dem Mixer werde ich euch nicht zeigen, aber das mit dem Probieren werde ich euch zeigen. Genau. Die drei mache ich euch dann mal fertig. So, wir machen mal einen zusammen auf und gucken uns an, wie das so von innen aussieht. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Also ich liebe Keksteig. Immer wenn wir so Kekse backen, Plätzchen backen oder Kuchen backen, muss ich immer ein bisschen mehr Dreck machen, weil ich so viel nasche. Und hier ist ja das Gute, dass du keine rohen Eier oder so mit dabei hast. Das heißt, keine Bauchschmerzen. Vielleicht brauchst du mir jetzt noch aufgrund von viel Essen und so, aber nicht wegen Eiern. So. Oh, das riecht schon mal richtig geil. Was habe ich denn hier überhaupt? Hier habe ich die Chocolate Chips Richtung. Und hier seht ihr, das ist einfach so ein Pulverzeug. Dann sind hier die Schokoladenchips mit drin. Und ja, da geht die Party ab. So, ich gucke mal so ein bisschen, was so da drin sein soll. Weizenmehl, Zucker, Schokoladentropfen, die bestehen aus Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver und dem Emulgator Lecithine. Dann ist hier Speisesalz, natürlich ist Aroma und Aroma, Vanillin mit drin. Kann Spuren von Ei, Soja und Schalenfrüchten enthalten. Jo, das ist halt so, wenn das in der Fabrik gemacht wird. Ja, so sieht das dann in dem Zustand aus. Und dann seht ihr mich gleich wieder mit den fertigen Schälchen. Hm, ich freue mich so, denn ich habe echt Hunger. Das wird unser Abendessen. Ich freue mich wirklich. So. Leute, die Versuchung war so groß. Einfach den Löffel zu nehmen und ihn in den Mund zu stecken. Aber ich möchte das gerne mit euch zusammen machen. Ja, dann hole ich die dreimal. So, hier sind die drei Schätzchen. Wie ihr seht, richtig, richtig geiler Keksteig. Leute. Ein bisschen Wasser habe ich verändert. Und zwar sollte man ja eigentlich nur einen gehäuften Esslöffel Margarine nehmen und zwei Esslöffel Wasser. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich so anderthalb Esslöffel bis teilweise zwei Esslöffel Margarine genommen habe. Und drei Esslöffel Wasser. Und damit sich das besser in diesem Gefäß vermischt, habe ich das nicht so gemacht, dass ich erst die ganze Mischung reingemacht habe und dann die anderen Sachen drauf, sondern dass ich das so geschichtet habe. Also, bei dem ersten habe ich ein bisschen das falsch gemacht und dann hatte ich unten noch so Krümmelkram drin. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Dann habe ich das nochmal neu gemischt und gemacht und getan. So, das auf jeden Fall als Tipp, falls ihr das nochmal nachmachen wollt. Hier habe ich jetzt... Oh, ich möchte loslegen. Es tut mir leid. Ja. Den Chocolate Chips habe ich hier zuallererst. Und den probieren wir doch mal. Oh, der sieht schon so gut aus. Geil. Boah, ist der geil. Ich schmecke halt den Zucker. Oh, lecker. Wow. Mhm. Der schmeckt wie Weihnachtsplätzchen-Teig von meiner Mama. Mhm. Ich mag das, wenn man die Zucker und Viechern noch richtig zwischen den Zähnen spürt. Ja. Ist nicht jedermanns Sache. Ich stehe auf sowas. Richtig geil. Was mich wundert, ist, dass diese Chocolate Chips auch wirklich ganz geblieben sind. Das finde ich mega cool. Aber ich habe auch nicht den, ähm, den Rührstab genommen von dem Mixer, sondern diese Knethaken. Viel besser. Und dann so bleibt sowas ganz. Komm, ein Löffel geht noch. Mhm. Der gefällt mir schon mal richtig gut. Mhm. Und dann gehen wir jetzt mal zu Caramel Salt. Und ich mag ja richtig gerne süß und salzig zusammen. Ich esse ja gerne auch vom Fernseher Chips und, ähm, Schoki gleichzeitig. Gucken wir mal. Dann wäre das ja eigentlich der Optimal-Teig, ne? Mhm. Mhm. Hier hast du noch richtig diese Karamellstückchen drin, die du hier vorne auch abgebildet siehst. Wow. Und das Salzige schmeckst du nicht so sehr. So sieht das übrigens aus. Ich habe mir den Löffel eben einfach eiskalt im Mund gesteckt, Leute. Tut mir leid. Mhm. Und da hast du Schokoladenchips da drin. Und diese kleinen Karamellstückchen. Richtig geil. Mhm. Mhm. jetzt sind wir beim dritten chocolate birthday auch hier habe ich mich gewundert denn diese smarties wie auch immer das sind auch ganz geblieben richtig cool der ist auf jeden fall was für schokoladen liebhaber we make ich finde es super lecker aber ich bin auch ein mega teig fan also man muss sowohl rohen teig gerne mögen als auch dieses gefühl von zucker zwischen den zähnen denn der löst sich ja im teig halt noch nicht auf das wäre ja theoretisch erst im backofen so ich persönlich liebe diese teile mein absoluter favorit ist dieser erste chocolate chips weil er mich halt am meisten an meine kindheit erinnert an mamas keksteig und so und das ist halt mein favorit und die anderen kann ich aber auch vollkommen empfehlen also wenn man noch mal ein bisschen kind sein möchte denn man hat damals doch bestimmt als kind immer so ein bisschen keksteig naschen dürfen dann kann man sich die auf jeden fall mal holen die sind nicht günstig aber die sind auch sättig also ich habe jetzt von jedem drei löffel gegessen und es war schon gut reichhaltig ein bisschen was werde ich noch essen aber dann ist man auch schon gut satt und ich bin froh dass mein freund mich gleich noch ein bisschen unterstützen wird hoffe ich ja von mir auf jeden fall eine absolute empfehlung ein sehr cooles produkt aus der höhle der löwen reihe von 2018 das hat mir gut gefallen ich gucke da immer wieder hin weil ich nach wie vor ein bisschen bock drauf habe und hunger die werde ich jetzt gleich mit meinem freund zusammen vernichten mal gucken vielleicht kann man ja auch noch in den kühlschrank packen dass sie sich bis morgen halten das wäre auch ganz cool wenn wir die nicht ganz aufkriegen ja ihr lieben ich weiß nicht das war jetzt wahrscheinlich ein ziemlich kurzes video aber dafür sehr informativ hoffe ich doch mal schreibt mir doch mal in die kommentare ob ihr die schon mal ausprobiert habt oder ob ihr noch austesten möchtet ja wie gesagt auf riva online findet man die so ihr lieben wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir doch sehr sehr gerne einen daumen nach oben da würde ich mich mega drüber freuen ansonsten wünsche ich euch einfach einen wunderschönen tag einen wunderschönen abend lasst es euch ganz einfach gut gehen fühlt euch ganz doll gedrückt von mir ich verlinke euch hier mal meine playlist claudi testet alles hier unten meinen neuesten upload und auf dieser seite könnt ihr wenn ihr möchtet mich einmal kostenlos abonnieren hoffentlich bis zum nächsten mal würde mich freuen tschüss